Da. So. Okay. Das lassen wir erstmal. Weiß nicht, ob sie mich gesehen haben. Ich wollte jetzt eigentlich aufs Dach klettern. Ich bin mir relativ sicher, dass ich da die bessere Position hab. Da. Hm. Ne, ich glaub nicht, dass sie sich hier jetzt in mein Blickfeld bewegen. Dann. Gut. Wen können wir uns zuerst... Oh, drei. Drei sind hier zu sehen. Dann werde ich mal... ...die etwas feigere Variante probieren. Und hinlegen. Äh, hinlegen. Und du hast eh nichts. Probieren wir jetzt hier auch nochmal. Schön. Elf. Ah, für einen Schuss reicht's noch. In den Kopf oder so. Ha. Und hinlegen. Kein schlechter Einstieg. Kein schlechter Einstieg. So. Aufstehen. Einen weiteren Entdeckt. Kopfschuss. Ego einen Entdecken? Ne. Wieder hinlegen. Puh. Okay. Und da ist der Typ. Ah. Ich bin ein Familie von guter Glück. Ah. Schön, schön. Es hätte auch schlechter laufen können. So, wieder runterklettern. Das halten wir uns an. Gucken, ob sie es dabei haben. Oh, schön. Handgranaten in der Acker. Ich bin über das Objekt. Oh, sicher. Nein, nein, nein. Er hat uns zuerst gesehen. Puf. Ah. Nichts passiert, nichts passiert, nichts passiert. Also noch nichts. Lass uns zuerst probieren. Nicht mal so schlecht. Und hinlegen. Und Ivan. Gibt ihm eben den Rest. Und dann ziehen wir uns zurück. Und fangen an uns zu verarzen. Keine Lust, dass er in irgendeiner Form anfängt auszubluten oder sowas. Ja, Ivan hört Geräusch. Ja, Ivan hört Geräusch. Igor geht mal runter. Ja, Igor, da soll auch noch was lernen. Sehr schön. Rock'n'Roll. Gut. Es sind beide Eingänge besichert. Vielleicht gehe ich mal mit Hitman und Black jetzt mal schauen, an den Vordereingang heranzukommen. Vielleicht sehe ich hier noch irgendjemanden. Oh, ein Guardian-Bester. Sehr schön. Für Blatt gibt's noch ein Richtmikrofon. Granate. Oh, hier lief doch keiner rum. Das heißt, die Sorge haben hier ganz umsonst gemacht. Wie doof. Süden, also von hier. Oh, das ist... Achso, gut, das war nur ein Zivilist. Ja. Da kam das Geräusch, ja. Keine Ahnung. Oder ist hier in diesem Lagerhaus vielleicht einer drin gewesen. Ah. Ich weiß nicht. Toter. Dr. Steve ist hier. Dr. Vince. Hm. Du hast jetzt immer noch sie hier. Okay. 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 Das macht mich ja ganz nervös. Ja. Yes. Nothing. Nothing. Ist irgendwo was? Nothing. Du fürchtest, was nicht in den Akten schränken. Nee, gar nichts. Ja. Okay. 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 Okay, hier gibt's nichts. Ja. Ja. We're clear. Spannend. Ja. Ich vermute mal, dass hier noch irgendwo jemand lauern könnte. Ja. Ja. Hier drin ist nichts, außer, ähm, einer zähle ich gleiche. Ja. Nee, immer zu zweit. Sonst ist es zufällig, wenn einer mal überrascht wird. Ja. Ich glaube, das kann ich mir inzwischen sparen. Die Sicherung hier. Leichenhalle. Ist hier vielleicht noch was zu sehen? We're clear. Nee. Puh. Hier vielleicht? Na, du sollst doch hier hochklettern. Warum tust du das nicht? Ja. Ja, ja. Okay. Wir spielen das großartige Spiel. Such den letzten Gegner. Also, ich vermute jedenfalls, dass wir den letzten suchen. Es können auf jeden Fall nicht mehr allzu viele übrig sein. Hoffe ich mal. Reach. Vielleicht hier oder da durch. Oder dort durch. Nee, hier war, glaube ich, nichts. Ich würde hier schauen. So. Runterklettern mit beiden. Aufmachen, weil es hier abgeschlossen ist. Hier ist abgeschlossen. Hinteringang vielleicht. Ja. Ah, irgendwoher muss das Geräusch schon gekommen sein. Das sieht verdächtig aus. Nee. Okay. Ja, das ist der Arzt. Oh. Die ersten Drogen. Ein Energy Booster. Eine kleine Spritze, die man sich setzen kann, um den blauen Energiebalken wieder aufzufüllen. Oh, boah. Oh, das erschreckt mich doch alle nicht so. Ja. Silve-Kit, Alkohol. Noch ein Hörgerät. Und für das Ape-Kit. Bob. Bob. Bob im Rollstuhl. Ah! Im Patientzimmer versteckt. Scheiße. Ja, gut. Okay, das war voll daneben. Zwei bei euch, ne? Ja. Oh, ein Treffer sogar und tot. Aber es war noch nicht der letzte. Ja, jetzt. Dass ich jetzt so viel fünf insotros, was vai geben.